Maggie Greedier. Yes. Ich hab gedacht, dass die Pille gibt's erst, wenn ich die Dings da geschafft habe, Devil. Wenn ich ultra schwer geschafft habe. Das ist bisher immer Speed Up gewesen. Okay. Das war's für heute. Okay. Hm, 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 hm. No crap. Okay. 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 Nee, brauche ich mir nix zu kaufen mit 16. Jetzt brauche ich mir mit 16 echt nichts zu kaufen. Okay. Okay. W Kai! Kann ich nicht. Okay. Okay. Ja? Dieser Typ. Ne. Der ist doch so assig einfach nur. Okay. ja beides ganz klar beides ich kaufe mir nix okay alles klar so den hier naja damage ist eigentlich noch in ordnung ich muss halt echt vollgas geben die ganze zeit ne oh man hoi danke ich will meine cola das ist echt so krass du willst deine kohle einfach nicht ausgeben weil du weißt wie schwer die zu verdienen ist das war es war ein bus okay 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 Opa. 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 Ich glaube, ich hatte noch nie einen Creed E-Mode Krampus, ne? Ich will hier nichts ausgeben. Gött. Yes. Das ist doch schon mal ganz cool, ne? Hm, na, weiter. Komm schon, irgendwas treffen, bitte. Was ja gefeinlich ist, ist ja, ich glaube, echt ganz gut. Jetzt habe ich genug Speed mit Maggi, ja? Das stimmt. Ich blanke halt. Ich habe keinen Bock auf Game Break. Ich will das normal durchspielen. Nee. Megamore. Ah, fuck. Gar nicht drauf geachtet. Das hat mit ganz gereicht, ne? User. Direkt nochmal neu. Hey, Sticky. Genau. Erstmal schaffen. Ich habe so viele Herzen. Ich würde mir gerne was kaufen. Für fünf das Kaufen und ein Sticky Nickel da, ist ja auch unnötig, ne? Nee. Habe ich dann noch, wenn ich es mit Blue Baby nochmal mache, fast keinen HP mehr, ne? Aber testen kann ich es. Oh, vergünstigt. Sehr schön. Also, geldtechnisch sieht es ganz gut aus dieses Mal. Super. Super. Super, super. Nicht. Ja, versuch es ist wert, klar. Ja. Ja. Die wollen einen echt verarschen hier, ne? Am Anfang. Aber der ist immer noch da, da oben. Wird richtig. Ach, scheiße. Ich kann gar nicht fliegen. Okay. Ja. Okay. Einigermaßen glimpflich durchgekommen. Ja, aber erstmal, da hätte ich mir ja Void kaufen müssen. Und ich weiß nicht, ich finde den hier im Creed Mode nicht ganz so toll. Ist schon klar, wenn du dann, du kriegst ja ein Random-Item. Stimmt, der hat halt nur 15 gekostet. Da hast du schon ein bisschen recht, aber... Hier gibt's halt auch nichts Gescheites, gell. Na, ich mach jetzt erstmal noch weiter. Solange es so geht, ist ja alles gut. Oh, okay. Ach, warum dreht der ab? Warum kommt jetzt noch Dr. Fred? Geht's? Greif ich den? Ich darf schon gerade so, oder? So, nein. Jetzt einen dicken Schuss macht, ist alles gut. Ja, einfach nur Fred. Sag Dr. Fred. Ich weiß nicht, warum es... Ich hatte früher mal einen Kollegen, der mit mir WoW gespielt hat in der Gilde. Und der hieß ihn Dr. Fred. Oder Fredo. Er lachtender. Ja,trust. Tut. Sam z difícilbär. Das war's. immer so слож, aussehen. Ich weiß nicht, warum Schuss. Ich weiß nicht, warum Schuss. Ich weiß nicht, warum Schuss imкимbrochen. das soll... Ja, ja. Fred halt. Boah, ich war durch. Einer von den Fredys da. Wir haben nie viel AP. Gibt euch das an? Wahnsinn. Es war so klar, es war so klar. Oh, Mann. Ich habe Maggie. Ich habe Maggie. Ich meinte, ja. Ich kann natürlich versuchen, mit dem jetzt hier durchzukommen und mir einfach Herz hinkaufen. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. So, komm. Auch nett. Komm, zwei Münzis. Eine. Ist das Sprengen? Nee, machen wir kein Risiko, oder? Keiner. Keiner. Keiner hat was dabei. Oh, nice. Fünf Münzen. Sehr schön. Okay. 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 Was ist das? Achso, kann ich erst später treffen. Jetzt erst. Hä? Wo? Wer? Achso. Unsichtbare. Was gibt's hier? Chariot, okay. Das kam hier eigentlich noch dazu. Noch ein HP ab und Better Pills. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Lohn sterbt doch einfach, bitte. Ja, natürlich. Ach, Glück gehabt. Ja, wie viele? Okay. Nein, geht doch auf der Suppe raus, Mann. Ey, so schwer ist es echt, ne? Oh. Oh. Lass mich doch einfach mal... Es ist so amok manchmal, ne? Ich könnte ja gar nichts machen. Ich bin dauerhaft da drin. Haben wir schon Gabi-Item? Nee, ne? Soll ich das jetzt aufs Spiel setzen? Nee, machen wir nicht. Also das Teil ist ja schon sick. Aber das bringt mir ja auch nichts. Das macht's ja nur am Anfang, wenn du in den Raum reingehst, ne? Und heißt... Ich geh weiter, heißt das. Ah, da ist noch ein Manni-Dings getraubt. Ja, ist echt ätzend gewesen, oder? Bringt da nix, genau. Hab ich mir gedacht. So, jetzt hoffen wir, dass da blaue Herzchen sind. Nein, das sind keine. Das sind doch nur Scheiß-Items. Das ist nett. So, dann gucken wir doch gleich mal. Yes. Die nutzen wir aber erst, wenn wir hier durch sind. Ah, jetzt machen wir halt viel Schaben, ne? Oh Gott. Oh Gott. Das ist nett, das ist nett, das ist nett, das ist nett. Jaaah! Jaaah! Das wär das Try Baby als Schilder, ganz toll! Äh, na gut, hier ist nur Mist, ne? Die Two of Diamonds, was war das hier nochmal? Chariot. Leg ich's mal hier raus. Ich stepp. Die hier, ne. Äh. Noch schneller, auch ist eigentlich nett, geht halt mein Damage nochmal runter, ne? BFF. Ist, glaub ich, ganz cool, wegen dem Schutz. Nochmal Two of Diamonds. Ah, Two of H. Two of H hat's auch sehr geil. Das nehmen wir auch noch, wegen dem blauen Herzchen. So. Und jetzt machen wir erstmal weiter. Das ist fair. Das ist blöd. Was ist da? Boah, dreimal frail? Echt? Oh, Mann. Oh, Mann. Genau, großes Trybaby ist gleich mein Schutz. Bei der Anzahl an Herzen, die wir haben, nehmen wir natürlich auch noch den Devil Deal mit. Oh, da ist er rausgespawnt. Nein! Okay, einer ist da. Ach, ein Stückchen weiter runter, man. Gott, der andere ist auch da. Grabenfuß noch, ne? Gappies Power ist natürlich noch geiler eigentlich als Two of Hearts. Das ist Mist. Gappies Power ist noch geiler. Das Ding ist kaputt. Gut, dann. Jetzt wird's lustig. Dann haben wir noch zwölf. Dann kaufen wir uns noch Karten. Ha! Ein bisschen zu spät, ne? Ich kann ja erst die Two of Hearts nehmen. Ich kann ja erst die Two of Hearts nehmen und dann, wenn ich kurz vor dem Abnippeln bin, kann ich mir wieder blaue Herzen machen. Okay, Leute, let's do this. Oder ist doch richtig. Erst warten, bis ich fast down bin. Also bis ich drei Leben habe, dann nehme ich die Two of Hearts. Dann habe ich wieder sechs Leben. Und wenn ich dann, keine Ahnung, pro Herzchen eigentlich, dass ich es verliere, wenn ich einen leeren Herzcontainer habe, kann ich dann Space drücken und, äh, Gappies Power ziehen. So, Ultra-Creed und Greedier-Creed. Alter. Steam sale, yeah! Geil. Just do it. Ja, ja. Das ist Arsch. Das ist ein richtiger Arsch. Bisschen aufräumen hier unten. Zack, schön, alles down. Ja, so stark bin ich nicht. Was ist das? Ah. Die Ads, die skalieren halt nicht mit meinem Damage. Das heißt, die würde ich schon gerne irgendwie ein bisschen schneller wegkriegen. Nein. Nein. Das ist mir lebt. Oh, Jesus. Oh, Gott. Hier ist ein Pilzen hier. Soll er echt nachher dran denken, wenn er auf mich schießt, die Richtung zu wechseln. Weil die Scheiße explodiert dann. Ich hab wieder keinen Pyromania gefunden. Nochmal. Ah, ich krieg die Dinger fast nicht down, ne? Ah, ich wollte in die Ecke kommen. Okay, Leute. Geht los. Genau das. Das ist ultra hart. Ah, Mann. Fuck. Jedes Mal dasselbe. Und da darf ich nicht dahin laufen, wo er vorher war, sondern hier runter dann. Fuck, das ist so hart. Scheiße. Two of hearts. Fuck. Ja, super schwer, den auszuweichen. Ist echt krass. Ah, Mann. Ja, das ist Amok. Das ist so Amok. Schnell durch. Schnell durchs. Ja, das kannst du machen. Nein. Luck ab. Super. Nein. Jetzt spinnt der Geldkomplex hier. Was soll ich hin? Sollte aber reichen, ne? Yes! Boah! Clive of Balance has appeared in the basement. Ja, geil! Zweiter Greedier-Kill. Ich will das mal. Dankeschön. Ja, Hoseid ist natürlich Weltklasse. Geil! Ja, cool. Ja, aber auch wieder.